Es ist soweit in Deutschland ist das Gras legal Still und heimlich rauch ich dich ein letztes Mal Hey Leute, es ist soweit. Die Bundesregierung hat erklärt, dass am 8.8.2015 THC in der Bundesrepublik Deutschland legalisiert wird. Um das zu feiern, treffen uns alle in Berlin auf der Hanfparade. Am 8.8. Mono Nikitamann. Wir sind auf der Bühne. Wir feiern die Legalisierung von THC, von Hanf. Ja man, kommt vorbei, seid dabei. Nicht? Egal. Wir feiern trotzdem. Achter, achter. Kommt vorbei. Wir sehen uns. Es ist soweit in Deutschland ist das Gras legal Lass still und heimlich rauch ich dich ein letztes Mal